Ich rufe wegen Mrs. Ambrose an. Sie braucht eine Pflegerin. Ich bin Alma Whitelaw. Ich kümmere mich um das Ambrose-Anwesen. Das ist unheimlich. Ich stelle sie nun ihrer Patientin vor. Mrs. Ambrose, hören Sie mich? Was, wenn hier etwas passiert? Du bist mitten im Nirgendwo. Der Teufel selbst nimmt nie jemanden in Besitz. Er schickt dafür einen seiner Gesandten. Eleanor. Setz dich. Ich weiß Dinge über Mrs. Ambrose, die Sie nicht wissen. Du siehst, wie die drei Finger des Dämonen herauskommen. Sie kommen aus dem Mund. Den Mund, der Verfluchte. Play on Pictures.